Und wie ist Reiter mit dir? Tjagganz hat den FÖ da gehalten. Es steht 4 zu 3 für Hertha BSC in den Hamburger Sportverein. 23 über 6 zu 3. Auf Wiedersehen. I can't believe. Yes! Yes! No! 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 O. No! Wir sind im Köln-Finale. Wir sind im Köln-Finale. Wir sind im Köln-Finale. So, meine Lieben, wir sind im Köln-Finale. Dank einer super zweiten Halbzeit und einer guten Verlängerung haben wir uns den Sieg verdient. Heute hier gegen den Hamburger Sportverein.